Hier könnte noch irgendwas sein, aber das hier ist halt auch nur Wand. Also so kann es auch nicht sein, wir laden jetzt diesen Spielstand wieder, sind wir wieder auf der richtigen Seite und jetzt hoffe ich, dass wir hier durchkommen und dann hoffe ich auch, dass wir da jetzt nicht sterben beim Durchlaufen. Ein Trefferpunkt für uns ist okay, wir sind ja sowieso relativ geschützt. So zehn für Tycho, sieben für Ian und zwölf für Katja. Katja geht da bitte raus. Gut, dann machen wir hier mal auf und gehen da mal durch oder rein und fahren in den zweiten Stock. So, ach ne, da ist schon wieder so eine rote Wand, verdammt. Da kommen wir wahrscheinlich nicht durch und dann ist da noch eine rote Wand. Es ist wirklich besser. Wow, was ist denn da los? Ich werde bekloppt, das schaffen wir ja nie. Und hier auch. Hier ist auch ganz viel Zeugs. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir müssen hier gar nicht hin. Hier sind zwar so ein Computer, die könnten wir vielleicht nutzen, aber durch die Tür könnten wir durch. Durch die Tür könnten wir vielleicht auch durch, ohne in den Kampf zu kommen. Das müsste man ausprobieren. Das müsste man tatsächlich mal ausprobieren, dorthin zu kommen. Na ja, aber hier sind noch so Spinde. Da könnten Sachen drin sein, die interessant sind. Da sind Duschen. Aber sonst wird es wahrscheinlich hauptsächlich Sachen geben, also Waffen und sowas. Munition kann man hier wahrscheinlich erbeuten und das brauchen wir alles nicht unbedingt. Würde ich jetzt mal sagen, das brauchen wir alles nicht unbedingt. Also vom Game Design leider ein Fail dieses Level, muss man einfach sagen. Entweder liegt es an mir, weil ich es nicht checke oder es ist einfach schlecht gemacht. Oder es liegt daran, dass ich das mit dem neuen Computer spiele. So, sie ist tot, ne? Ja. War ja klar. Wenigstens geht es laden schnell. Ich probiere es einfach nochmal. Das Problem ist, dass wir jetzt gleich hier nochmal durch müssen. Dann sie ist wieder tot. Ähm, wisst ihr was? Ich laufe jetzt trotzdem mal ganz kurz einfach so durch. Wir wollen einfach nur mal testen, was da hinten ist. Und ob wir es aufkriegen, ohne auf einen Kampf zu kommen. Ne, kriegen wir nicht. Okay, wir sind im Kampf. Ich gehe trotzdem mal dahinter. Ja, das ist jetzt auch irgendwie blöd, ne? Guck mal, kriegen wir das auf? Ah, da ist auch einer. Das habe ich nicht gewusst. Da ist auch einer. Da kommen wir nicht vorbei. Okay, dann machen wir das. Ach. Ich würde gerne laden, eigentlich. Hallo? Jetzt. Dann laden wir mal hier. Ja, ist jetzt die Frage. Wie machen wir das jetzt am blödsten? Ich meine, ich kann auch in den dritten Stock fahren. Dann machen wir einfach den dritten Stock und ignorieren das hier alles. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Gegen diese Massen von Gegnern zu kämpfen, ist absoluter Quatsch. Da müssen wir ja 50.000 mal laden und speichern. Ich meine, das würde schon gehen, weil die sich bestimmt gegenseitig auch töten durch ihre Raketenwerfer und alles. Würde das wahrscheinlich schon gehen. Hm. Man müsste alleine unterwegs sein. Wenn wir alleine unterwegs wären, dann könnten wir das vielleicht auch irgendwie schaffen. Ich gehe jetzt in den zweiten Stock. Oh, ne, jetzt komme ich da nicht durch. Leute. So, jetzt aber, oder? Ja, schnell, schnell. Ja, sehr gut. Dritter Stock. So, langsam fange ich an, das hier zu hassen. Ja, und ich erst. So, Achtung über Lautsprecher. Achtung, Vorsicht, Eindringlinge haben wir jetzt. Okay. Ja, weil wir haben die Sensoren nicht, nicht, ähm, die Sensoren nicht ausgeschaltet, was wir wahrscheinlich im zweiten Stock hätten tun können, schätze ich mal. Aber dann ist es halt so. So, gucken wir mal. Also, hier sind zwei. Mit denen werden wir fertig, auch wenn wir hier durch den Ding gehen müssen. Da ist hier dann nichts. Da ist erstmal nichts. Hier ist nochmal einer. Und da ist nochmal einer. Und hier ist eine Gefangene, wie es ausschaut. Okay. Dann haben wir hier nochmal einen Durchgang und da ist der Aufzug. Und hier kommen wir nicht durch. Okay. Dann werden wir das Spiel wohl nie beenden können, Leute. Weil wenn wir hier nicht durchkommen, kommen wir nicht zu diesem Aufzug. Außer wir können das irgendwie woanders abschalten. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Schauen wir mal. Gibt es hier irgendwo... Hier gibt es einen Aufzug. Okay. Vielleicht müssen wir zu diesem Aufzug hier auch überhaupt nicht unbedingt. Ähm, gut. Es sind drei, vier Feinde. Das ist kein Thema. Das kriegen wir hin. Wir müssen jetzt erstmal Katja heilen. Wir haben zumindest genug Stimpacks. Das ist gut. So. Wie schaut es aus, Katja? Nicht den Aufzug anschauen, sondern Katja bitte anschauen. 17 von 39 ist natürlich immer noch zu wenig. Und er hat 24 von 50. Und er hat 38 von 60. So. Gespeichert habe ich glaube ich, ne? Ich speichere einfach nochmal. Hier oben. Und dann gehen wir einfach mal hier durch. Würde ich fast vorschlagen, oder? Ich lade vielleicht. Wir kommen hier nicht durch, weil der I in der Tür steht jetzt. Gut. Aber wir stehen jetzt da drin. Ich hoffe, wir kommen dann wieder raus. Wir wurden für... Wir wurden ohne Schaden getroffen. Gut. Ich gehe mal einen Schritt. Und dann schieße ich auf... Den hier. Ah, das sind drei. Da steht noch einer hinter der Wand. So. Jetzt geht sie da durch. Sie hat natürlich einen Stimpack benutzt. Das ist gut. Aber das Problem ist, dass... Oh ja, schaut mal. Die packen jetzt wieder die Wummen aus. Aber die treffen Gott sei Dank uns. Für 17 ist es zwar nicht... Oh ne. Ah, verdammt. Okay, Katja ist bestimmt tot. Anstrengend, Freunde. Mit diesen roten Dingern auch, ne? Können wir die vielleicht auch mal abschalten? Was machen wir? Ich probiere mal was aus. Hier oben können wir ja laden. Ich probiere mal aus, ob ich das nicht vielleicht doch abschalten kann. Aber ich glaube nicht. Ne. Keinerlei Wirkung, sagt er. Dann versuchen wir mal ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Bevor wir entdeckt werden. Aber es ist... Die Entdeckung ist einfach zu schnell. Und da sind wir schon alle tot. So schnell geht's. Ja, das heißt laden, laden, laden. Wie macht ihr das denn in diesem Fall? Und das Lustige ist, dass sie jedes Mal sagen, dass sie das hassen. Und ich hasse das ja auch schon. Wie geht ihr hier vor, Freunde? So, da kommt er wieder als erstes dran. Und immer er. Und diesmal ist Ian tot. Stimmt's? Ja. Das habe ich nicht geladen. Wieder er dran. Und er trifft dahinter, aber daneben. Okay, dann hat keiner Schaden bekommen. Das ist gut. Aber jetzt vorgehen. Und, ne, nicht diesen Schuss. Diesen Schuss, bitte. Auf ihn hier. Und wir haben ihn mit One-Shot erledigt. Das ist natürlich gut gelaufen. Ian benutzt Stimpack. Katja benutzt Stimpack. Er schießt auf uns und trifft uns für 9. Das ist okay. Und Ian kommt hier durch. Äh, Ian sag ich schon Tycho. Und, oh, das war natürlich böse. Aber er hat nicht so viele Trefferpunkte glücklicherweise gehabt. Dann gehen wir mal hier hin. Wir müssen jetzt aber leider laden. Dann gehe ich da rüber. Achso, ich muss speichern vorher. Wir speichern mal hier, weil das war jetzt doch ein ganz glücklicher Start in den Kampf. So, dann hier rüber. Ich hoffe, dass die uns verfolgen. Ja, die verfolgen uns tatsächlich. Ach, der hat so ein Plasma-Gewehr. Den müssen wir zuerst ausschalten. Der hat einen Stimpack benutzt. Steht aber immer noch in diesem blöden Feld drin. Natürlich ist ziemlich schlecht. Der Tod ist nah. Unser Tod ist nah. Ja, er möchte bestimmt uns hier töten. So, dann können wir jetzt dem hier mal eine raufwummern. Und ein Treffen für 29, was gar nicht so schlecht ist. Der hat insgesamt 50 und der hat 40 bloß. Und er hat noch 24 übrig. Das ist doch gar nicht schlecht. Dann stehen hier noch zwei. Aber die Frage ist, kommen wir hier durch? Und ja, vielleicht, wenn wir dieses Terminal nutzen, kämen wir wahrscheinlich sogar durch. Aber wir kommen nicht wieder raus. Das ist das Problem. Wenn wir da reingehen, kommen wir nie wieder raus. Weil da kommen wir nicht durch. Und hier kommen wir dann auch nicht mehr durch. Also so verstehe ich das zumindest. Und das wird ein Problem werden. Das wird ein richtiges Problem werden. Gut, jetzt werde ich erstmal speichern. Mal schauen. Gut, ich glaube, wir sind schon durch. Wir haben noch einen Bewegungspunkt. Den nutze ich mal, um noch ein Stück wegzugehen. So, er lädt. Und, ne, er benutzt das Dim Pack und schießt auf uns. Für 26. Das war natürlich ein bisschen bitter. Das ist für 20. Das war daneben. Das war daneben. Schade. Okay. Gut. So, wir müssen jetzt eigentlich ihn hier ausschalten, denke ich. Der hat noch vier Trefferpunkte. Und der hat noch 33. Weil der hat diese fette Wumme. Also müssen wir den hier ausschalten. Das müssen wir auch hinkriegen. Ja. Das haben wir geschafft. Dann gehe ich nochmal ein Feld weg. Und jetzt schießt er auf uns. Und trifft auch leider für 16. Ai, ai, ai. Das heißt, wir müssen gleich Stimpfax nehmen. Aber das kriegen wir hin. Wenn die dann hier rausgehen und dann dabei draufgehen, wäre das natürlich auch super ärgerlich. Aber gut. So was zu machen. So, den haben wir auch. Okay. Dann werde ich jetzt erstmal kurz speichern. Und dann wollen wir auf jeden Fall verhindern, dass da jemand draufgeht. Wenn er durch diese Tür da durchgeht. So. Kampf beenden. Jetzt müssen die alle zu uns kommen eigentlich. 800 haben wir bekommen. Gut. So, Katja 6 und Ian 8. Ja, das ist okay. Gut. Kurz mal gucken, was die dabei haben. Ob die irgendwas Interessantes haben, außer ihre Waffen. Ja. Hier ist ein Stimpfax. Das ist gut. Und diese Energiezellen. Aber ich glaube, die können wir nicht nehmen. Doch, die können wir nehmen. Sehr gut. Und dann haben wir das hier noch. Das ist nicht interessant. So, hier können wir durch. Und dann haben wir zum Beispiel schon mal einen Schrank, den wir plündern können. Ist auch nicht schlecht. Da ist aber nichts drin. Na, toll. Herrlich. Jetzt müssen wir uns erstmal selber heilen. Also, den benutzen wir bitte. Dann haben wir 27. Benutzen wir nochmal. Haben wir 43. Ich glaube, 70 haben wir insgesamt. Da haben wir 60. Wir müssen nicht sparsam sein. Wir benutzen nochmal eins. Dann haben wir 75. Wie viel haben wir denn da inzwischen? 75 haben wir inzwischen. Okay, cool. Reparieren sind wir bei 83. Das ist tatsächlich das Höchste. Schaut mal. Ne, Naturbusche ist noch ein Punkt mehr 84. Aber das ist, ja, eigentlich ist das das Höchste. Gut. Wie viele Punkte haben wir? 74. Also 75.000 Punkte. Wir brauchen noch 3.000 Punkte für das nächste Level. Gut. Wie schaut es mit euch aus? Wahrscheinlich schlecht, schätze ich. Nein, nicht reden. Halt. Entschuldigung. Ich wollte nicht reden, sondern ich wollte mit euch anschauen. 28 ist eigentlich okay. Bei Ian ist es 26 und du hast 30. Ja, wir könnten bei Ian vielleicht mal Stimpack nutzen. Und bei Katja vielleicht auch einfach mal. Nur zur Sicherheit nicht, dass wir jetzt bei der nächsten roten Schranke dann schon Probleme haben. Bei Tücher nehme ich es auch einfach mal. Wir haben, glaube ich, genug. Ich hoffe, dass wir genug haben. Wir könnten uns noch welche kaufen, aber natürlich nicht hier in der Basis. Das hätten wir vorher machen müssen. Aber ich wusste nicht, dass wir so viele Stimpacks brauchen. Vorher haben wir nämlich auch nicht so viele Stimpacks gebraucht. So, dann speichern wir mal hier. 65. Gut. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt ist die Frage. Gehen wir hier unten rein und machen das hier? Oder gehen wir da hinten zu dem anderen aus? Was ist denn jetzt los? Katja spürt, dass eine Falle in der Nähe ist. Tücher würde für 23. Warte mal, ich lade mal kurz. Ich glaube, wir sind in der Falle gelaufen, während ich hier gelabert habe. Also, wir können das ausprobieren. Ich finde es gar nicht schlecht, um das mal auszuprobieren. Aber es wird sehr wahrscheinlich in eine, wie soll man es sagen, eine Falle laufen oder in eine Sackgasse laufen. Das ist vielleicht der richtige Begriff. Eine Sackgasse laufen. Deshalb müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht in die Falle laufen. Oder in die, ja. Vielleicht gehen wir dahinter. Oh, da war die Falle, okay. Wenn wir die Falle auslösen, ist es gut. Ja, das ist schlecht. 21 für Ian. Machen wir nochmal ein Stimpack. Aber Stimpacks bringen nicht so viel, gell? 36 hat er. Ich speichere nochmal. Oh, ja, 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 ja. Ein Speicher- und Ladefest ist das hier, Leute. Ich hoffe, es ist trotzdem irgendwie machbar, dass wir hier durch diese Festung kommen. Noch eine Falle. 12 Trefferpunkte, okay. Was war das gerade? Jena ist tot. Nee, Katja wurde für 11 getroffen. Und jetzt ist sie tot, oder? Nee, immer noch nicht. Für 20. Ian für 20. Jetzt kommt her, Leute. Komm. Hier sind keine Fallen. Ah, ja, ja. So, da müssen wir hier nochmal helfen. Ich schau mal gerade. Sie hat jetzt 28 und er hat 16. Also, ihm müssen wir auch dringend nochmal was verpassen. Ich muss ehrlicherweise sagen, so macht das keinen Spaß. Aber das ist typisch für alte Spiele, dass die einfach so ganz merkwürdig funktionieren. Also, realistisch halt, ne? Es sind halt realistisch, aber es macht halt nicht so viel Spaß. So, ich speichere hier nochmal ab. Okay, dann können wir das jetzt reparieren. Und dann da unten durchlaufen. Oh, nee. So, kommt er jetzt raus? Tut nichts aus, ne? Der bleibt relativ lange offen. Wahrscheinlich wären diese Dinger weg, wenn wir oben an den Computer rangekommen wären. Jetzt ist es wieder da. Okay. Das bleibt doch relativ lange. Aber nicht lange genug um... Es ist wieder aus. Du aktivierst. Was ist denn jetzt los? Nochmal. Kannst nicht hin. Leute, wollt ihr mich veräppeln hier? So, nochmal. Du weißt nicht, was du damit anfangen sollst. Ja, genau. Ich weiß überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. So, jetzt. Jetzt ist er deaktiviert. Und dann müssen wir hier rein. Dann müssen wir hier in den Kampf. Oh nein! Jetzt ist es wieder zu. Und er wird getroffen. Aber nicht für viel. Das ist gut. So, wir haben ihn getroffen für zwei. Ne, für 30. Okay. Mutant verliert sein Augenlicht. Das ist gut. Dann trifft er nicht mehr so gut. Das wird sehr wehtun. Ja, die können ja nichts machen hier. Die Freunde. Die kommen ja nicht durch. Doch die Dinge. Und wir sind jetzt hier angesperrt, würde ich mal sagen. Dann ist das halt so. Okay. Wir treffen hier nochmal. Und wir haben ihn erledigt. Das ist doch sehr schön. Er ist tot. Kruppa, heißt der. Oh, da wird er irgendeine Bedeutung haben, wenn er einen Namen hat. Wir bekommen 250 Punkte und können mal hier reingucken, was der dabei hat. Es ist ein Lasergewehr. Dann haben wir hier noch jemanden. Ich werde vorher mal kurz laden. Und dann gehen wir mal hier so um die Ecke und schießen den mal in den Rücken. Wie auch immer, wie von hinten auf seine Augen zielen. Aber egal. Flip ist tot. Okay. So, die Dame. Achso, wir können den Kampf beenden. 300 nochmal. Mit der Dame können wir doch jetzt reden, oder? Ja. Geht. Sarah. Oh mein Gott, du hast ihn umgebracht. Er war mein Feind. Ich musste ihn töten. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr euch so nahe gestanden habt. Wir nehmen halt das hier. Wir sind ja die Silberzunge, Albert. Er war mein Liebhaber. Er war mein bester Freund. Ich kann nicht glauben, dass du ihm das angetan hast. Tut mir wirklich leid. Wie hätte ich das wissen sollen, dass er dir so viel bedeutet? Sieh ihn dir an. Er ist ein Mutant. Er war ein menschliches Wesen. Er musste untertauchen, um überleben zu können. Du hast ihn getötet. Naja, wenigstens kann ich einen mehr auf meiner Liste der Krüte eintragen. Tut mir leid. Du hättest ihn nicht töten müssen, Sarah Schluss. Lass mich allein. Springen Sie nochmal an. Du hättest ihn nicht töten müssen. Lass mich allein. Okay. Das bedeutet, dass wir jetzt hier wahrscheinlich gefangen sind. Würde ich mal schätzen. Oder? Und das hier werden wir nicht aufkriegen. Ah, wir werden direkt auf das Feld gehen. Jetzt checke ich es. Schaut mal. Du kannst es nicht reparieren. Ne, doch nicht. Noch mal Wissenschaft. Können wir nichts dazu lernen. Okay. Dann nochmal. Reparieren. Du kannst nichts reparieren. Ah, öffnen. Geht auch nicht. Probierst nochmal. Ne. Das ist jetzt wieder was anderes. Ne, das ist es auch nicht. Und wenn wir hier hingehen, können wir wieder nur diesen komischen Ding da nehmen. Ne, wir kommen da nicht durch. Wir müssten da rüber, zu diesem Ding. Aber vielleicht, ne, das macht ja auch keinen Sinn. Mit dem Aufzug runterfahren und dann mit dem Aufzug wieder hochfahren. Weil dann sind wir hier. Was wollen wir hier? Das bringt ja auch nichts. Und ich glaube, wir kommen hier hinten tatsächlich nicht wieder raus. Ja, wir könnten jetzt mal gucken, was in diesen Räumen drin ist. Das können wir machen. Wir können aber gucken, was der dabei hat. Das können wir auch machen. Der hätte sogar was dabei, was uns passt, was uns hilft. Was ist das hier bitte? Eine Blume. Ach, wie niedlich. Wie niedlich und wie traurig auch. Das können wir nicht mitnehmen. Wir sind schon überlastet. Wie niedlich und gleichzeitig wie traurig. Die Tür ist verschlossen. Was ist denn jetzt los? Wir können es nicht aufbrechen. Nein, wir wollen es auch nicht aufbrechen. Da ist ja eh nichts drin, was uns wirklich interessiert, oder? Ne, reparieren ist Quatsch. Wir wollen es öffnen. Du konntest das Schloss nicht aufbrechen. Na gut. Das Problem ist nur, wie kommen wir hier raus? Hat er was dabei? Hatten wir da schon geschaut? Ja, da hatten wir geschaut. Das war ein Lasergewehr, genau. Wir kommen hier tatsächlich nicht raus, glaube ich, ne? Warum ging das Ding denn schon wieder so schnell an? Du deaktivierst kurzzeitig, ja. Und kommen wir jetzt hier raus? Nein. Könnt ihr bitte das Ding da mal aufmachen, Freunde? Natürlich könnt ihr das nicht, ne? Das wäre ja mal sinnvoll. Oh, nee. Wir sind hier gefangen. Ja, das war genau das, was ich gedacht habe. Deswegen habe ich auch gespeichert davor, bevor wir da rein sind. Also das funktioniert schon mal nicht. Das funktioniert schon mal nicht. Und hier gibt es auch nichts Interessantes. Hier gibt es zwei Feinde zu töten. Und hier gibt es jemanden, der sich beschwert, dass wir die Feinde getötet haben. Sonst gibt es ja hier nichts. Also lade ich wieder. Bevor wir da reingehen. Genau. So. Langsam fange ich erst hier zu hassen. Ja, und ich erst. Und dann gehen wir mal hier durch. 14 Trefferpunkte. Na toll. 7 Trefferpunkte. Riesig. Nochmal 2. Katja für 9. Vielleicht haben wir jetzt zumindest die Fallen hinter uns. Gut. Dann speichere ich hier wieder. Dann haben wir zumindest mal wieder den nächsten Aufzug erreicht. Ich habe keine Ahnung, ob wir da irgendwie weiterkommen im nächsten Stockwerk. Vielleicht sollten wir auch mal noch was nehmen. Was mache ich jetzt? Das ist albert. Ne, ich wollte jetzt Inventar. Ich wollte hier nochmal so ein Heilpräparat nehmen. Und vielleicht mal so ein großes. Wir haben da so ein großes Heilpräparat. Vielleicht nehmen wir mal eins von denen. Ja, schaut mal. Dann gehen wir gleich auf 75. Sehr gut. Wie schaut es bei den anderen aus? Ian. 31. Passt. Du hast. 38. Passt. Und Katja. 19. Okay, Katja, geben wir mal was. Langsam gehen uns die Stimpaks aus. Das wird mal nochmal lustig. Aber gut. Dann speichere ich jetzt nochmal. Und dann gehen wir in das nächste Stockwerk. Mal schauen, wie viele Stockwerke da noch auf uns warten. Ich glaube mal nicht so viele. Wir machen hier auf. Was? Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Ja, soll das ein Witz sein? Ja, toll. Dann kommen wir nicht weiter. Dann kommen wir nicht weiter. Und wir können das Spiel nicht zu Ende spielen. Und das wäre natürlich richtig schlecht. Ich meine, ich kann hier nichts machen, oder? Ich könnte... Ja, reparieren habe ich ja gerade schon probiert, oder? Habe ich reparieren schon geprobiert? Ja, wir müssen an die Computer ran. Das ist offensichtlich so. Aber an die Computer kommen wir nicht ran, wie ihr gesehen habt. Also entweder finde ich da eine Lösung dafür, oder wir müssen das Let's Play leider beenden. Und da sind jetzt wieder die ganzen Fallen. Ja, super. Moment, ich schaue nochmal ganz kurz. Also hier... Hier kommen wir nicht durch. Das ist unmöglich. Hier kommen wir durch, aber nur wir und unsere Freunde nicht. Hier ist nichts. Und ein Stockwerk oben drüber war auch nicht wirklich... Das ist einfach so, da war ein Computer. Ich erinnere mich. Ja, toll. Also ich würde mal sagen, ich beende jetzt das Let's Play. Also nicht das Let's Play. Ich beende jetzt mal die Folge hier. Obwohl ja eigentlich... Wie jetzt... Ja. Also ich beende jetzt auf jeden Fall mal die Folge da. Und schaue mal nach, ob man da was machen kann. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Weil ganz offensichtlich sind wir hier an einem toten Punkt angekommen. Und können hier nicht weiterspielen, weil irgendwas nicht läuft, wie es laufen soll. Entweder bin ich zu blöd dafür. Oder, was ich eher glaube, irgendwas stimmt nicht mit der Version. Beziehungsweise in der Kompatibilität. Irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. Gut. Ich gucke das mal nach. Weil so kann das Display ja schlecht enden, oder? Oder es wollen wir nicht, dass das Display so endet. Gut. Also. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge mit einer guten Idee, wie es weitergeht. Und bis dahin. Macht's gut. Verlete.